Musik Geriger Straße, weil ich da wohne und man das tagtäglich mitkriegt. Können Sie das weiter ausführen, was beobachten Sie denn dort? Na ja, wie sich politische Interessen da bündeln und das einfach spannend ist zu beobachten und hautnah mitzukriegen, was sich politisch als auch emotional da abspielt. Puh, das ist jetzt eine ganz schön grob gestellte Frage. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Antwort dazu. Ich habe mich dieses Jahr oft gefragt, ob generell einfach irgendwie mehr schlechte Sachen passieren oder ob einfach darüber irgendwie mehr berichtet wird, weil es jetzt viel mehr Kanäle dafür gibt. Aber ich habe nicht wirklich genug Vergleichswerte, um das zu sagen. Was kommt dir denn da direkt in den Kopf, wenn du das sagst? Na ja, es ist 2016 und auf einmal stehen alle auf der Straße und fangen wieder Pokémon. Gleichzeitig wird Trump fast Präsident und letzte Woche ist in Nizza jemand mit einem Lkw einfach in Leute reingefahren. Heute ist auf der Frankfurter Allee ein Lkw explodiert. Ist schon verrückt alles. Also politisch, ja, ich finde es im Moment ganz schwierig, dass überall, sage ich mal, sehr konservative, wenn nicht sogar Leute auf der Welt an die Regierung kommen und demokratisch gewählt werden. Wie Trump und Duterte und Erdogan und in Frankreich und in Deutschland und in Österreich, überall dasselbe. Und das finde ich schon. Da zweifle ich gerade an der Demokratie. Untertitelung im Auftrag des WDR